Herzlich Willkommen bei Brandenmunder. Wir blicken jetzt ganz weit am Anfang unseres Universums zurück. Was war denn da? Der sogenannte Urknall. Urknall-Theorie war 13,7 Milliarden Jahren und etwa 300 Millionen Jahre später sollen die ersten Sterne entstanden sein. Die sogenannten Populationen. Drei Sterne. Das ist ein Populationsstern eigentlich, also eine Sternpopulation. Naja, wir haben ja Populationen 1 Sterne wie die Sonne. Das sind metallreiche Sterne. Population 2 Sterne sind schon alte, metallarme Sterne und Population 3 Sterne sollen die gewesen sein, die gar keine Metallizität hatten. So beachten ist, dass in der Astronomie alles so die Metall, C, B, R, Stoff und Helium. Also sagen wir uns auch Stoffe, Metall, Stickstoff und Metall, alles in Metalle. Also alle Elemente, die schweren sind Helium. Das sollen die allerersten Sterne gewesen sein. Aber die waren gewaltig, die schon bis zu 1000 Sonnenmassen gehabt haben, 5 Millionen Sonnenmachtkräfte und noch einige Male größer wie die Sonne. Das war nämlich damals sogar heute einmal diese Sternenstehungsgebiete, wo viele 1000 von Sterne entstehen. Aber früher war es so, dass in den Gaswolken nur ein einziger Stern erstanden ist, weil das Gas am Anfang nicht kühlen konnte. Man hatte ja auch nur Wasserstoff und Helium plus gehabt damals. Also die Sterne bestanden noch nach diesen beiden Elementen. Und die hatten auch eine sehr, sehr kurze Lebensdauer. Zum Beispiel von gerade mal 3 Millionen Jahren höchstens. Und dann hätte es schon explodiert. Also es war ja schon eine gewaltige, dass wir direkt ins Schwarze Loch Stadion erlauben waren. Und wenn man heute einen Stern mit 50 Sonnenmassen sieht, spricht man schon über gewaltigen Sternen. Das ist das Wahnsinnige an der ganzen Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was über die Population 3 Sterne zu erfahren. Bis beim nächsten Mal. Tschüss.